In diesem Film wird eine Übung für Fortgeschrittene am Boden vorgestellt, der Flickflack. Der Flickflack, auch Handstützüberschlag rückwärts genannt, ist eine Augenweide. Aber selbst wenn diese Turnübung hier leicht und locker aussieht, sie erfordert einiges an Übung und auch etwas Mut. Der Flickflack wird von fortgeschrittenen Turnern oft mit anderen Übungen am Boden kombiniert. Aber wir wollen das Turnelement erst einmal isoliert betrachten. Ab hier sehen Sie den Film im Schnelldurchlauf. Im Original haben die neu und hochwertig produzierten Schulfilme eine Länge von drei bis zehn Minuten. Die wichtigsten Aspekte jedes Themas werden speziell für den Einsatz im modernen Schulunterricht anschaulich aufbereitet. Die Inhalte entsprechen den Vorgaben der aktuellen deutschen Lehrpläne. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alsoarena percentile Version von�� beim DurchettuUS Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.